Tagesordnungspunkt 6, Wahlvorschlag der SPD, Nachwahl eines nachrückenden Mitglieds im Rundfunkrat, Drucksache 20 7362, dem Rundfunkrat gehören unter anderem fünf Abgeordneten des Landtags an. Die Fraktionen legen Listen vor, sind mehrere Personen zu wählen, legen die Fraktionen Listen vor, die Minz die doppelte Anzahl der zu Wählenden. Die Frau Kollegin Manuela Strube hat mit Ablauf des 31. Dezember ihr Mandat niedergelegt, sodass sie als Nachrückendes Mitglied im Rundfunkrat ausscheidet. Die Fraktion der SPD schlägt Abg. Stefan Grüger als Nachrückendes Mitglied vor. Weitere Vorschläge sehe ich nicht, und es widerspricht auch keiner. Wer ist dafür? Das ist CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD, FDP, Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? Keiner. Wer enthält sich, LINKE und AfD? Dann ist der Kollege Grüger so gewählt. Ich freue mich das, also noch in der Karte. Also werde ich mit Ihnen ein paar Hörger, halte ich Ihnen, das reicht. Jetzt bin ich von Ihnen ein paar Hörger. Ich reist in der Ing-Den-Gefel, in der Kartei ist eine Möge. Vielen Dank.